Deutschland, hier sind wir kurz vor der Abfahrt in Richtung Zürich, wo wir auf die geilste Party gehen, wo es ihn da auf der ganzen Welt gibt. Es ist die Südkirade, am Züricher See und hier ist mein Fahrer. Unterbruch, wie geht's Ihnen? Scheiße. Nur ein paar Stunden trennen uns von Deutschland nach Schweiz. Ein paar Stunden werden wir auf der geilsten Party sein. Mit einem Millionen Menschen. Das sind ein Millionen zwei. Ein Millionen zwei, ja. Und sie sind schon nervös und aufgeregt. Immer ganz relaxed bleiben. Also bis dann, wir werden uns bestimmt sehen.